Einmal über die Landstraße, da ist ein 60er-Lott, wo 60er fahren, da kann man das Fenster aufmachen. Der Lott hat mich versucht zu überholen, aber hat es nicht ganz geschafft. Ja, aber, das ist schon. Da ist er wieder, der gelbe Tesla, oh mein Gott, ich habe ihn schon vermisst. Ja, aber, das ist schon. So. Verholen verboten hier. Der Penzinen. 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 Meine Musik ist tot. Hört ihr das? Hört ihr das? Ich höre nichts mehr. Oh uuuuuhhh. Wasser Wuuuhhh. den ballen gepresst obwohl sie noch nicht einmal getruschen haben nicht schlecht aber du wolltest sagen was ist jetzt ein bisschen was haben wir noch so nach mit der richtung die autobahn durch die landesgrenze quasi interesse stink aber genau bei der grenze ist eben diese tankstelle und fahren wir ran ach uns ran gut und lege auch keine richtung durch nicht langsamer durchführen ja aber auch schon mal so bin über die landstraßen hier zu fahren ganz als hat autobahn aber wir haben dann noch auf 4 kilometer das ist doch ein ganz schönes stück jetzt gewesen sechs stunden 40 minuten fahrzeit dann noch und lege auch schon auch schon ich denke schon hier So, wir sind gleich in Bude Träneflang gleich. So, wir sind gleich in Bude Träneflang, und wir sind gleich in Bude Träneflang. So, wir sind gleich in Bude Träneflang, und wir sind gleich in Bude Träneflang. So, wir sind gleich in Bude Träneflang. So, wir können schlafen. So. So. Motor abstellen. Ruhle Pause. Kompliziert. So. Bude Träneflang. So, wir sind in Frankreich. Dort haben wir jetzt noch die letzten. 5,5 Stunden vor uns, die letzten 400 Kilometer. So. 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 Ich kann davon wahrscheinlich eh wieder auf die Autobahn rauf, Frankreich. Los an der Maltstelle. Sohlele. Let's. Sohle. Eigentlich darf ich sogar schneller fahren. Sohlele. 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 Sohlele.